so freund ist geile sport wir machen weiter jetzt habe ich die tür schon aufgemacht oh mann sorry oh mann da können wir jetzt nicht mal zurück mal umgucken ich sehe nichts diese momen es geht doch nichts über diese momen hier da komme ich nicht weiter da gehen wir erst mal durch die ganze gemäuer hier so schuldig dass etwas gedauert hat okay mhm verdäumen war das darstellt warum bin ich denn hier da brennt eine lampe obwohl hier alles brennt da hinten muss ich hin jetzt gibt es einen neuen speichern diese ändert ja ok ich will nicht mehr ja Untertitelung des ZDF, 2020 Erstmal weg hier, von da außen kann ich. Was war dort? Lauf, Mensch! Billy! So, warte mal. Der wackelt so mit seiner Glatze, der hat gar keine Chance, den anderen zu kriegen. Aber, oh, der war gut, der hat gesessen. Das kann doch nicht wahr sein! Ich will nicht mehr! Na, lauf doch! Der alte Knacker muss mal laufen lernen! Oh, man! Na, mach schon! Boah! Ja! Danke für die Rundum-Sicht, da sehe ich wenigstens, wie weit die anderen noch weg sind. Oh, wie viel Blut! Oh, heftig geil gemacht! Sollte ich aber eigentlich schaffen! Jawohl! Da dreht die Dröhnung, Alter, aber volle Leuchten! So, viele haben wir nicht mehr! Immer wieder neue, Alter! Oh, jetzt wird's aber langsam, äh... Mh... Ja, wir wollen wieder... Die sind ja wie Fußpilz! Aber gut, dass du ja eine große Arena hast! Oh! Nein, zu früh, du Depp! Ja, jetzt sind wir wieder halbwegs zu drüben, jetzt geh' ich wieder da rüber! Das ist doch eine Ausnahme hier vorne, aber... Ich kann nur so hin und her! Na, aber Bill wird noch zum Marathonläufer, ey! Oh! Oh, Mann! Oh, Mann! Wenn du so willst, muss da jeder schon sitzen! Boah! Sehr gut! Sehr gut! Komm mal da! Ah! Hör doch zu! Alte Tinten, ey! Oh, Mann! Da hab ich aber gerade zwei weggeschnetzelt, kann das sein! Boah! Ach, hier ist ja schon wieder einer! Oh, ja! Der ist ja genau reingewackelt! Reingewackelt! Ja! Yeah! So! Mit meinem Vergnügen, Alter, das ist der letzte Mensch! Ja! 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 Jochen! Ja! Und mir deine! Ja! Ja! Ich komme wieder weg. Ich komme wieder weg. Ja, 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 geil, das ist doch mal ein schönes Ding, du. Mal gucken, ob das immer so ein Auge wird, ey. Oh, scheiße. Jetzt kann ich wieder nach unten. Mal gucken, ob ich jetzt mit meiner Munition hinkomme. Mal gucken. 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 letzten schoß damit habe ich ja nicht gerechnet dass ich mit dem schuss gleich zwei weg ach du scheiße das habe ich das gibt es doch nicht 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 Du musst ja nur laufen, sonst habe ich keine Chance. Lauf doch! Ah! Komm, komm, Alter, Mann! Äh! Oh! Oh! Mann, dieser Ja! Uuuuhuuhu Alter Boah Mit den letzten Krümmel Munition, die ich hatte da Krasses Herd, ey Wie schnell das zugeht Kontrollpunkt, jawoll Munition Okay, und was ist jetzt hier los? Was läuft hier? Was läuft hier? Was war ich? Das kann doch nicht machen, ich habe doch keine Munition mehr Oh Mann Ach nee, da ist Verkasse, warte mal Ah 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich glaube ich kann hier wenn ich hinlaufe dann machen wir das so ja er ist noch nicht weg aaaah Oh Mann! Da muss ich mal weg, Alter. Da muss ich mal so ein Baller, eine Schießfigur, ne? So, weg ist er. Oh Mann! Ui, 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 ui. So, da wollen wir mal Munition von oben holen. Alter! Ich wusste jetzt nicht, was ich machen musste, aber ich ging davon aus, weil ich auf den Schießen konnte. Da hat er ein bisschen Blut verteilt. Da muss ich ja wie bei Wolfenstein machen, dass du irgendwas einsammeln musst oder vorher was abschießen musst. Also bei Wolfenstein, bei dem Endgegner, Wolfenstein, das heißt Wolfenstein. Entschuldigung, ist ja Deutsch, Wolf. Musstest du ja auch so ein paar Sachen absneaken und zwischendurch auf deinen Arsch aufpassen und dann auf den Gegner ballern. So ist das hier wahrscheinlich dann auch gewesen jetzt. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen musste. Gut, ich sag mal so, ich hab's schon mal irgendwo gesehen, aber mir blieb ja halt keine andere Wahl, halt, ja, so zu handeln. Oh, heftig, Alter. Das war doch mal... Ah, schön. Oh, guck mal, wir sind jetzt wieder mit vier Leuten da. Geheimgang, oh. Oh, ho, ho. So, Speicherpunkt. Na, guckst du da, guckst du weiter. Bei Versuch, die Quelle des dämonischen Bösen auffindig zu machen, bist du einem Tunnel tief in der Erde von Berlin gefolgt. Irgendwo hier in dieser, äh, weiträumigen Untergrundanlage befindet sich ein Hinweis zur Rettung. Okay.